Patrick Lindner nicht bei Silbereisen-Shows, ich kann auch ohne. Patrick Lindner tanzt nicht auf jeder Party. Schon gar nicht, wenn er nicht eingeladen ist. Zum Beispiel zu Florian Silbereisens feste Shows. Was Lindner so von dieser Schlagerblase hält, hat er schlager.de erzählt. Negative Gefühle bei Patrick Lindner? Keine Chance. Warum auch? Sagt Patrick Lindner. Ich bin jetzt so lange schon dabei. So viele, die um mich herum in diesem Geschäft waren, sind verschwunden. Ich nicht. Es sind über 35 Jahre, in denen Patrick Lindner auf unzähligen Bühnen stand, seinem Publikum zum Umarmen nah. Oder in den eher klinisch reinen TV-Shows. Ich mag am liebsten richtige Konzerte. Da bekommt man mit, was die Menschen möchten, sagt Patrick Lindner. Patrick Lindner, warum ist er nicht bei Silbereisen zu sehen? Und ein Ende seiner Mission aus Leidenschaft scheint nicht in Sicht. Seltsam mutet es dabei an, wenn Patrick Lindner nachgesagt wird, er führe ein mediales Schattendasein. Wie erst kürzlich in einem Interview geschehen. Was damit gemeint ist, die ganz großen Shows des deutschen TV-Flimmern ohne ihn über die Bildschirme. Zum Beispiel Florian Silbereisen und seine feste Shows. Wenn ich nicht zu Florian Silbereisen eingeladen werde, dann ist das eben so. Patrick Lindner Patrick Lindner bleibt dabei völlig gelassen. Ich gehöre nicht zu dieser Schlagerblase. Wenn ich nicht zu Florian Silbereisen eingeladen werde, dann ist das eben so. Ich kann auch ohne. Ich bin erfolgreich. Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen. Denn sein Erfolg ist seine Vielfältigkeit. RTLs wie Valadiva-Format, die Herzblutaufgabe auf Sat.1, dann seine Lieder, die eine große Bandbreite abdecken, angefangen bei seinem eher volkstümlich anmutenden Schlagerledern. Lindner, ich bin nicht festgelegt, wie man sieht. Deshalb brauche ich die anderen auch nicht. Allerdings würde ich natürlich auch nicht Nein sagen, wenn ich eine Einladung zu Florian Silbereisen bekäme. Schließlich erreicht man da Millionen zusätzlich. Allerdings müsste man sich vorher zusammensetzen, um zu sehen, wie das über die Bühne gehen sollte. Ich mache heute sicher nicht mehr jeden Unsinn mit. Immer mehr Stars üben Kritik an Silbereisen. Hendrik Heinz-Jesimon, Vanessa May, Peter Kraus, Klaus Klaus und Co. Nun auch Patrick Lindner. Mittlerweile üben immer mehr Stars Kritik an Silbereisens Monopolstellung als Show-Präsentator. Und auch Patrick Lindner sieht darin ein Problem, das längst auch Schlagerfans in den einschlägigen Foren der sozialen Medien anprangern. Lindner, es sind tatsächlich doch immer dieselben, die man in diesen Shows sieht. So kann sich das Genre nicht weiterentwickeln. Zum Glück habe ich damit nichts zu tun.